Hallo Leute, willkommen zu Super Mario Bros. 2 Star Grumble Ghost Island Und los geht's Okay Wie immer Oh Muss ich raufklicken Okay, diesmal kommen solche Stages Okay, die Steuerung Die Steuerung ist ein bisschen besser geworden Als davor Der springt jetzt besser Aber er springt etwas so oft Warte, gibt's hier Pilze? Nein Oh, ein Buhu Er leckt mich Ey, du scheiß Buhu Buhuhu Buhuhu Komm da her Ich tue dir nichts Außer dich in den Asche pumpen Oh No, 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 Sterne Münze Ich weiß nicht, wozu die ist Wieso kann Mario nicht mit seinem Kopf die Steine kaputt machen? Wie immer Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück Oder was? Ey, du scheiß Du scheiß Buhuhu Okay, es gibt aber nicht so viele Welten Diesmal kann ich ja sehen Soll ich die Münze holen? Bringt die mir was? Nein Die bringt mir gar nichts Weil das sowieso ein Mini-Projekt ist Und ein bisschen Abwechslung brauche von meinen Let's Plays Komm Wo ist der Scheißgeist? Ey, du Oh, Mario Ja, das letzte Stage Komm Mann, oh Mann Mario ist zu unfiech Luigi ist die schule Sau Was ist nun mit der Familie los? Sind alle da so behindert? Ich glaube ich schon Ja, komm her Komm her Verfolg mich, los Ja, hochgenommen, du Spasti Das hast du jetzt verdient Weil du mich jedes Mal abgeschossen hast Oder getroffen hast Raus Continue Wieso more games? Ich will weitermachen hier Es gibt noch viele Spiele, die ich hier Oh, die kennt man ja davon Super Mario Land 2 Der Mario springt jetzt öfter Er springt wirklich öfter Okay, das habe ich jetzt auch Wo ist der Geist gewesen? Na da So, geschafft Continue Die dritte Welt Schaffe ich das eigentlich in diesen 15 Minuten wieder? Vielleicht nicht Da brauche ich vielleicht 20 Minuten Kann ja auch sein Okay, wie viel brauche ich hier? Drei Stück Das ist viel leichter Das ist viel leichter als das andere, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Ich glaube, das kommt mir nur so vor Ne, 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 continue Continue Vierte Welt Ich zeige so doll meine Skills Ich kann das einfach Ey, das hat... Wieso leckt das jetzt so auf einmal? Ist etwas mit meinem Internet? Kann es sein? Ich weiß es nicht Du scheiß Buhuhuhu Hä? Hu Boah, jetzt hat mich eine Armlose Missgeburt getötet Auch noch Tod Hä, wie soll ich da hochkommen? Hä? Okay 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 Wie soll ich da weiterkommen? Och, Mann Verdammt Ja, weiter Start Game Oh, man kann ja weitermachen hier Super Nicht wie bei einem anderen Spiel Wo man alles nochmal machen muss Ich verstehe es nicht Ich verstehe es ganz und gar nicht Und wieso kann man diesen Buhuhuhu nicht töten? Ich hasse diesen Ja, okay Das habe ich jetzt auch geschafft Kann ich da rein? Anscheinend wohl nicht Da auch nicht Kommst du hierher? Magst du mich nicht? Du scheiß Oh, Mann Ich hasse diesen Buhuhu Mann Scheiß verfickte Missgeburt Das ist so eine So eine Missgestalt Ihr wisst es nicht Ausgetrickst Das hast du so doll Das hast du so doll verdient Das weißt du nicht Jetzt bleib da hinten Du verfickte Geil Ihr sagt nichts mehr Scheiß Buhuhu Scheiß Buhuhu Gumbas Alle Gumbas How are you? Wie geht es deiner Mutter denn? Die armlose Schlampe Ich weiß es nicht Deine Mama war Ganz Ach, ich hör auf Ich bleide nicht mal die Gumbas Sie kann auch nicht so viel Dass sie so armlos sind Das waren die Entwickler Äh, ne Ah, ich weiß es jetzt Warum Das mir so komisch kam Wenn er Irgendwie an der Clip ist Oder so Das springt automatisch weiter Deswegen kam er Jedes Mal gegen diesen Buhuhu Okay Noch vier Welten Oder so Da habe ich das geschafft Ähm, war das jetzt gut Oder schlecht? Okay, das war ein bisschen dämlich Nochmal Wenn es geht So Okay Ich Man muss diesen Knopf drücken Wartet mal kurz Ach, scheiße Wart Okay Jetzt geht weiter Meine kleine Schwester war wieder da Hat gefragt, wo mein Vater ist Also unser Vater Obwohl sie weiß, dass er arbeiten ist Ach, was soll man machen? Kleine Ich töte dich Weil ich Bock habe Hier Tot Okay Wo fliegende Goombas? Ey, das ist Ach, scheiße Ach, Mann Leck mich am Sack Mann Nochmal Komm von da jetzt wieder Ja Mann, das ist voll scheiße Dass Mario immer sofort stirbt Bei jeder Kleinigkeit Bei jeder Kleinigkeit Oh, scheiße Ich wurde getroffen Oh, scheiße Ich wurde getroffen Oder irgendwas anderes Wieso leckt das so? Okay Okay, das war ein Mändersprung Okay Okay, geschafft Ja, geschafft Aber wieso leckt das so? Spiel ich es einfach zu gut Oder ist das Spiel einfach ein bisschen leckhaft? Ich glaube, das ist das Letztere Äh Mann Oh, Mann Legge mich am Sack Du, du kleine Arsloch Mann Ich bin wirklich der einzige Letztplayer Der von Facebook Irgendwelche Spiele spielt Egal Das ist was Gutes Das ist nicht schlimm Darüber muss man sich nicht schämen Okay, geschafft Geschafft Geschafft, okay Nö, 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 nö Zweite Welt Zwei, zwei, zwei Zwei, 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 zwei Zwei Ah, das hat wieder so gelegt Ich wäre fast gestorben Ach, Mann Das wird länger dauern Als der Letzte Da Wieso leckt das so? Äh, du, du Mann, du Fickte Scheiß Ich dachte, diese Spiele Werden mich beruhigen Vom Letztplane Aber Scheint wohl nicht so sein Die Spiele Machen mich noch aggressiver Okay Okay Ist es noch Okay, komm Das kann ich noch Oh Ich dachte schon Das kommt jetzt Okay Kommt da noch ein Stachelteil? Nein Okay Geschafft Ich glaube Ich schaffe das in 15 Minuten Wenn ich mich jetzt gut Anstrenge Nö 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 Ähm, ja Ey, diese Buch ¿Sie nerven? Ja, sag ich doch Diese Buch Buch Huren Sinne Nerven Mann Ey, hör auf zu lecken Mann Hör auf zu stülken Mann Ah, scheiße! Hä? Ah, das war richtig. Okay, ich dachte, ich habe irgendwie die alte Welt wieder gedrückt. Ja. Ja. Game over screen. Ja. Das kommt irgendwie zu oft bei mir. Das nervt. Stadt game. Komm, nochmal. Zum Glück haben sie das aufgehoben, das mit diesen, wenn man alles nicht schafft, alles von vorne machen muss. Aber das ist viel, viel schwieriger als das erste Teil. Das kann man jetzt schon sagen. Oder nicht? Okay, komm. Ach. Mann. Diese scheiß Missgeburt. Wie kann man die töten? Wieso muss denn das... Wieso leckt das so? Ey, hör auf zu lecken, Mann. Das nervt. Das irritiert mich nur. Komm. Komm schon. Machen wir es schneller. Oh, du... Oh, du... Stirb doch. Scheiße, ich habe mein Computer angespuckt. Ach, sorry. Ich komme... Ja. Okay. Ich brauche mehr als... Ich brauche mehr. Es wird länger dauern. Sag ich jetzt schon. Es wird viel, viel länger dauern. Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Nee, 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 nee Komm, du scheiß Missgeburt Deiner Mutter Okay, bleib mal jetzt so Hä, warum kommt da 200 Die ganze Zeit Sind die alle runtergefallen? Gut Hä? Kein Kommentar Oh, scheiße Oh, Mann Ich hab das geschafft Ich hab es geschafft Und dann mach ich so einen Dummen Fehlerverdammt Mann Komm her So Geschafft Oh, es hat gerade wieder gelaggt Bleib mal jetzt ein bisschen so hier Die sollen ein bisschen runterfallen Wieso, Leute? Wieso kommt da ganz teuer noch raus? So Geschafft Boah Yes, sir Geschafft Wartet Okay, es geht weiter Ich hoffe Ich hoffe, ich hab das noch in diesen 20 Minuten Okay, das kann ich später holen Okay Okay, da Okay, das hab ich jetzt auch Scheiße Scheiße Okay Okay Geschafft Okay Die letzte Welt schaffe ich noch in diesen unter 20 Minuten hier Oh Der letzte Boss ist ein Geist Ein süßer Geist, finde ich mal Was heißt das jetzt? Ist das alles? Ist das alles? Hä, ist das alles? Ey, das ist doch Ey, ey, ey Du fette Misgestalt Komm Hehehe Hehehe Ich töte die Ich werde die so Herzabt töten Komm 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 Ja, dieses Mini-Projekt ist auch fertig. Ja, die Quäler sind auch wieder so lang, wie davor, für jetzt. Okay, die Credits sind scheiße, wieder so lang, Happy Halloween, ach, das ist Halloween, wusste ich gar nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal, tschüss.